So, dann legen wir die mal, Junge. Braucht du dringend was zum Heilen? Bücher? Achso, äh, gerade nicht, jetzt, ich hab mal ein bisschen, ich hab eben gerade aus dem Zeug ein bisschen gelootet. Oh Gott. So, äh, wo haben wir, haben wir noch jetzt, äh, was wir eigentlich machen wollten, war ja eigentlich, äh, wir müssen jetzt hier warten, bis es hell wird, ne? Aber eigentlich müssen wir ein bisschen näher, wir können auch nicht, immer noch nicht, wir haben halb voll gerade den, äh, den komischen Mond. Ja, also, so, haben wir genug Holz noch irgendwo, dass wir ein bisschen weiter bauen können in der Zeit. Ach, warte mal, ich muss jetzt mal versuchen. Da. Das ist nicht ganz unwichtig, dann sehen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr. Wir brauchen nur noch zehn von den Baumstäben, jetzt auch acht. Dann haben wir die Bodenplatte zumindest mal fertig. Dann haben wir über 200 Baumstäben vorbei, Alter. Hm, Moment, ich bin immer bei der falschen Person. Ja, hier liegen noch zwei, dann hätten wir nur noch sechs. Vielleicht muss ich jetzt gleich mal kurz eben waschen. Hm. Ja. So, einmal kurz sauber machen. Wir brauchen nur sechs Baumstäben. Hä? Was ist denn der überhaupt? Ach, da hinten, okay. Nee, warte mal. Ach, da hinten. Ich nehme die mal kurz hin runter noch. Dann kann ich nämlich hier schon mal wieder zwei weiter verbauen. Wir brauchen vier Stück insgesamt noch. Ja, wunderbar. Und nochmal zwei und dann haben wir es. Dann sind wir nämlich gleich durch und dann können wir nämlich gleich schon mit der und anfangen die Hütte zu zimmern. Okay, geschafft. Über 200 Bäume verballert. An der Kack, an dem Sachen, an der Sache jetzt. Guck mal, hier liegt ein Boot sogar. Ja, dann, äh, mal was schönes, ein schönes Häusenzimmern, damit wir zumindest auch ein bisschen geschützt sind. Wieviel brauchen wir? Wie viel brauchen wir? Ja, ich würde schon irgendwie was... Ich würde der Rasse tatsächlich doch freilassen, um, äh, 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 undergraduate zu haben. Da können wir nämlich von der Base aus, äh, Fische fangen. so als kleine Idee. Hallöchen. Äh, warte mal. Ich lade dich kurz in das Spiel ein. Du kannst nachschauen, ne? Du kannst nachschauen. Ähm, kleine Frage. Hast du deine Stimme übertragen? Also, dass man dich... Magst du da mal kurz sagen? Sonst ist es gerade schwierig, weil sonst hören jetzt die Zuschauer tatsächlich nur mich reden. Weil ich bin am Aufnehmen nebenbei. Ähm, Einstellungen in deinem PC-Menü. Teilen übertragen. Und da muss irgendwas mit Audioaufzeichnung oder sowas stehen. Und da müssten drei Häkchen gesetzt werden, einfach. Ja. Dann hört man dich nämlich auch. Wunderbar, wunderbar. Dann kannst du gleich nachschauen, wenn du fertig bist. Dann... Weil wir sind gerade hier so ein bisschen uns, äh... Ja, am Einrichten. So, wir haben jetzt unsere Plattform gebaut. Hier und gehen jetzt ein bisschen auf. Bauen noch ein bisschen. Und vielleicht dann später erkunden. Also, wir wollen doch nicht... Wir wollen das Spiel nicht direkt durchziehen. Sondern wirklich einfach mal ein bisschen Piano. Genau. Ja, hier. Einer. Ich würde die Tür eigentlich hier hinsetzen, wo du... Achso, Richtung, Richtung diesem Stick hier irgendwo. Wenn es möglich ist. Ja, ja. Äh... Ja, genau. Das ist gut, ja. Würde ich sagen. Weil da kannst du da nämlich entspannt rein. Ja. Räuchte ich. Dann kann jeder so ein bisschen seinen Kram einbringen und alles drum und an wie er Lust hat. Und alles ist halt immer gut. Muss auch mal sein. Gut, dass ich die Bäumchen oft nachwachsen habe. Das heißt, wir haben relativ schnell wieder Bäumchen. Wie kann ich einen Bogen bauen? Wie kann ich einen Bogen bauen? Da fehlt mir die Seile. Weil Stöcke kriege ich hier ohne Probleme. Ah! Ich kriege die Seile. Ja, mir wurde das Ding nicht angezeigt, doch. Jetzt. Also Stöcke... Auto wollte ich nicht. Äh, ich wollte... Hab ich den Tür, hab ich den Stoff nicht hingelegt? Hab ich den Stoff nicht hingelegt? Ja. Das war nämlich der Plan, warum ich auch das Ding bauen wollte. Habe ich keinen Stoff? Ja, müsste ich haben. Also, hau... Hau... Hau ein bisschen was runter. Bist du denn jetzt gerade? Ich suche gerade, wo sie liegen könnten. Die nehmen wir mal mit. Ist da auch ein T-Shirt dran? Also, nämlich, glaube ich, keine. Oder siehst du die gerade einfach nur nicht. Weil ich sehe nur Steine und so. Doch, da, ja. Hm. Perfekt. Hm? Perfekt. Oh, dann kann ich mich jetzt Tiere jagen gehen. Aui. Wie kann ich den jetzt ziehen? Oh, ich dachte, mit R2 kann ich zählen. Mit R, äh... Ding zählen und dann loslassen. R2 einfach gedrückt hat und dann loslassen, ne? Und mit L2 kann ich dir wieder einholen, den Bogen. Okay, wunderbar. Da war ich. Upsi. Ha. Okay, von... Ja, mal kurz die Echse heute mitnehmen. Weil die brauchen wir wegen Fleisch und so. Boah, Kaut. Wer? Achso, ich dachte, ich... Ich renne ja bis du an der Star-Shirt rum. Wunderbar. Wunderbar. Und so. Und so. Und so ist es ausgegangen, hier. Aber der Fisch muss ja hängen, ne? Zum Trocknen. Ja, ich wüsste. Ja, ist ja super. Dann gehe ich hier so ein bisschen... Ja, einer brauchen wir noch, ne? Hier wäre so eine Höhle. So, weiter direkt zum Haut. Ja, jetzt fehlt das jetzt. Das ist ja eine Überraschung. Achso, bei dir im, äh, real life. Ich dachte, weil es jetzt hingehen nämlich auch anfängt. Alles gut. Nein, tschüss. Oh. Wer geht's? Äh, sag mir das doch. Warte mal. Ich bin nie gerade... Ja, jetzt. Alles gut. So, wer geht's denn? Ich bin nicht da. So, Wegelchen. Wird nicht. Wird nicht auch nicht. Wird jetzt, glaube ich, jetzt schlafen. Ich hoffe, der Wagen ist voll. Äh, ich glaube, ich habe mich ein bisschen eingebaut. Ne, nicht wirklich. Aber jetzt geht's. Jetzt will ich ausprobieren. Ja, ich gehe jetzt die Bäume aufbringen zum, zum Festbringen. Noch so eine Plattform. Ja. 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 so so war der planer sagt dass wir den wegchen darüber zu bringen so habe ich sie weiterbauen moment ja ich kann auch nicht mehr so schlicht und 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 wenn jemand was macht so schon zwei das habe ich auch immer ich bin irgendwie sehr toll so die tür zu unseren also der raum mit der tür schon fertig ich habe schon angefangen mit dem weiterbauen was soll das denn für ein süßes niesen alles gut und hört es ja nur in dem ok da hat sich immer wieder angezündet glaube ich wir kriegen jetzt alle irgendwie so ein bisschen oder mache ich mich mal weiter auf wieder ein bisschen ich habe das steht jetzt gerade also du bist da okay da komme ich mal zu dir mit dem ding dann brauche ich nicht neues holen gehen aber ich wüsste mal dringend was essen auf jeden fall dringend beides ich habe noch nicht wirklich viel gegessen also das habe ich gegessen zwei sneakers heute das war so das einzige ich kam heute noch nicht dazu was essen zu machen und nach dem aufnehmen war das eben gerade so ein bisschen zeit wird auf einmal knapp aber ich ist ja was aber ich ja 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 Der erste Wagen ist voll. Jetzt war er auch. Mann, das Feuer jetzt. Das war, glaube ich, nur ein kurzes Lagerfeuer. Ja, ich muss dringend, ich muss ganz dringend was essen. Der getrockte Hase, boah, geil, ich kann was essen. Ja? Beutel für die Sticks? Nee. Ach, gut. Ich habe jetzt was gegessen, ich habe was getrunken. Wunderbar. Geht's weiter. Ich habe ein bisschen so einen Wasserschlauch. Yeah. Nächste Wand fertig. Das habe ich gerade getan. Ich und mein Holz. Na, das wird doch so langsam. Guck mal, jetzt geht's die nächste. Du hast es schon fertig gemacht, okay. Das wäre jetzt nämlich der nächste Weg gewesen. Wirklich leer. Na, mach die mal da links an die einzelne Wand da. Genau, neben der Tür. Da ja genau, wo du drauf zulässt. Da fehlt nämlich da nur noch einer. Dann steht die nächste Wand schon. Wie gesagt, das wird so langsam werden. Dann kriegen wir ein zweites Stockwerk. Dann machen wir das doch. Jetzt werden wir uns gleich dunkel. Wieder mal.